Hallo ihr Lieben, es gibt richtig gute Neuigkeiten. Wir können endlich wieder mit Vor-Ort-Gottesdiensten starten. Wie cool ist das denn? Heute habt ihr hier ein kurzes Tutorial, damit ihr wisst, wie ihr euch euer exklusives Ticket für unseren Vor-Ort-Gottesdienst sichern könnt. Sicherlich habt ihr schon mitbekommen, dass aufgrund der Corona-Maßnahmen es natürlich Auflagen gibt, auch für Gottesdienste. Das heißt, dass wir nur ein begrenztes Ticketvolumen haben. Um das irgendwie gerecht zu verteilen, haben wir uns auf einer Eventbörse angemeldet. Dort kannst du ein Online-Ticket für unseren ersten Vor-Ort-Gottesdienst sichern. Ich werde hier gleich nochmal den Link dazu einblenden und du findest auch in diesem Leuchtfeuer-News unter diesem Video den nächsten News-Button und wenn du da auf das Foto klickst, dann wirst du automatisch weitergeleitet. Dort findest du den Link und dann kannst du dir dort dein Ticket für unseren Vor-Ort-Gottesdienst sichern. Eine kurze Info für dich schon mal vorab. Dort auf dieser Plattform wirst du auch nochmal auf der linken Seite einen Text sehen. Da steht unbedingt lesen und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, weil dort erklären wir dir einmal den Ablauf unseres Vor-Ort-Gottesdienstes wegen den Hygienevorschriften und so weiter. Bitte sorgfältig lesen. Und dann hoffe ich, dass dir jetzt das folgende Tutorial hilft, dich für unseren ersten Vor-Ort-Gottesdienst anzumelden. Viel Spaß! Um dich zu unserem Gottesdienst mit VIP-Plätzen anzumelden, klicke einfach in unserem Gemeinde-Newsletter auf Anmeldung zum Gottesdienst mit VIP-Plätzen. Entweder klickst du auf die Grafik oder unten, wo es heißt, um dir dein Ticket für den Gottesdienst mit VIP-Plätzen zu sichern, klicke hier. Nachdem du darauf geklickt hast, wirst du auf unsere Ticketbörse von Eventbrite weitergeleitet. Dort findest du unsere Gottesdienste als Termine hinterlegt. Der orangene Button, wo es heißt Datum auswählen, dort findest du all unsere Termine. Wenn du dort darauf klickst, findest du, dass unser erster Gottesdienst am Sonntag, dem 24. Mai, ab 18 Uhr stattfindet. Damit du für dieses Event richtig gut vorbereitet bist, möchten wir dich bitten, dass du einmal links unter dem Foto die Eventbeschreibung durchliest. Denn mit dem Erhalt eines Tickets erklärst du dich einverstanden mit unseren Regeln. Nachdem du nun deine Zeit ausgewählt hast, an welchem Gottesdienst vor Ort du teilnehmen möchtest, wirst du auf eine weitere Seite weitergeleitet. Auf dieser Seite kannst du deine Registrierung abschließen. Dafür klicke auf den grünen Button Registrieren. Im nächsten Fenster wirst du dazu aufgefordert, die Anzahl der Tickets auszuwählen, die du reservieren möchtest. Damit jeder an diesem Gottesdienst teilnehmen kann, haben wir die Reservierung der Tickets auf maximal zwei eingeschränkt. Links siehst du, wie viele Tickets für den jeweiligen Gottesdienst vor Ort noch erhältlich sind. Nachdem du gewählt hast, wie viele Tickets du reservieren möchtest, klicke auf den grünen Button Weiter. Im nächsten Fenster kannst du dann deine Reservierung abschließen. Oben im Header findest du einmal noch das Datum und die Uhrzeit hinterlegt für den Gottesdienst, wo du dir Tickets reservieren möchtest. Darunter findest du, dass die Uhrzeit abläuft. Du hast ungefähr acht Minuten Zeit, um deine Reservierung durchzuführen. Wenn du weiter runter scrollst, siehst du einmal, dass du aufgefordert wirst, deinen Vornamen, deinen Nachnamen und deine E-Mail-Adresse zu hinterlegen. Wenn du weiter runter scrollst, findest du jeweils die Aufforderung, dass du deinen Vornamen und Nachnamen und eine gültige E-Mail-Adresse für jeweils so viele Tickets hinterlegen sollst, die du ausgewählt hast. Hast du ein Ticket ausgewählt, dann erscheint hier nur ein Fenster. Hast du zwei Tickets ausgewählt, dann wirst du auch aufgefordert, für das Ticket Nummer zwei einen Vornamen, einen Nachnamen und eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen. Nachdem du das gemacht hast, kannst du die Art der Ticketzustellung auswählen. Wir möchten euch bitten, dass ihr hier die elektronischen Tickets, die E-Tickets auswählt und dann kannst du auf den grünen Button Registrierung abschließen klicken. Das nächste Fenster, das sich öffnet, ist folgendes. Hier siehst du einmal, dass deine Bestellung in meine Tickets gespeichert worden ist. Du findest deine Bestellnummer und auch nochmal die Benachrichtigung, dass dein Ticket an die hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet wurde. Wenn du auf zu meine Tickets wechseln klickst, wirst du automatisch in deine Ticketübersicht weitergeleitet. Dort findest du alle Tickets, die du für unsere Gottesdienste mit VIP-Plätzen für dich reserviert hast. Wenn du auf das Ticket klickst, wirst du in ein weiteres Fenster weitergeleitet. In dieser Übersicht kannst du dann dein Ticket drucken. Dafür klicke einfach auf Tickets drucken und dann sollte sich ein weiteres Fenster öffnen, wo du dein Ticket drucken kannst. Wir freuen uns, dich bei uns zu sehen.